Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle. Euer Kampfkunst Commander Lee Funk ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ähm, ich bin immer noch erkältet, obwohl der Weg der Besserung ist. Sobald ich wieder gesund bin, mache ich wieder Stanz, Kung Fu Stanz. Das last kalte Wetter und das ich jetzt gerade nicht so draußen rum sprechen will, können wir nutzen um ein paar Film vorzustellen. Und in der romantischen Filmecke habe ich Wasabi, ein Bulli in Japan. So. Ist ein sehr guter Film, der mir am Herzen liegt, weil es meinem Leben, meinem Lebensschicksal sehr authentisch ist. Und, ähm, deswegen ist mir Erfolg am Leben wichtig. Oder gerade auch der Erfolg in Youtube. Es gibt ja viele Leute, die trennen immer alles, ja. Aber man kann doch alles mit einem anderen verbinden, ja. Erfolg in Youtube heißt für mich, ich kann anderen kostenlos helfen und ihr Lebensproblem damit überwältigen, ja. Das bedeutet, dass ich kamermäßig erstmal gut darstellen und vielleicht auch selber ermöglichen kann. Und das andere ist, ich kann vielleicht auch, ich kann nicht nur kostenlos Leute helfen, sondern ich kann in Youtube auch, ich kann nicht nur kostenlos Leute helfen, sondern ich kann mir, ich kann auch, ähm, damit Geld verdienen und auch mir selber helfen, dass ein Familienleben meinem Leben auch zustande kommt, ja. Und von daher, der Film handelt es um einen Franzosen, der acht, neun Monate, acht Monate mit Japanern zusammengelebt hat in Tokio und hat eine französische Botschaft geschafft. Die hat ihn verlassen, ähm, 19 Jahre waren sie voneinander getrennt. Irgendwann kriegt er die Meldung, ähm, hat immer ein bisschen Verbindung zu ihr gehabt. Geistlich, irgendwann kommt die Meldung zurück nach 19 Jahren, dass die Frau verstorben ist. Er muss dann nach Tokio. Er fällt auf den Himmel plötzlich, dass das, dass er, ähm, eine Tochter hat, die 19 Jahre ist. Er weiß, er muss auf die aufpassen. Er muss nebenher gegen die Yakuza kämpfen. Yakuza ist die japanische Mafia. Und, äh, ist eine Mischung zwischen, äh, Romantik, äh, Comedy, Drama, Action, auch Kampfkunst. Das ist ein sehr, äh, klasse Kampfkunstfilm. Der Schauspieler Jen Renaud, ich weiß nicht, ob man den so ausspricht. Ähm, er hat mir so einen Zeitreisefilm gemacht, von einem Ritter, der in die Gegenwart reist. Da gibt es aber zwei Versionen sogar davor. Und ist mir, also mir, als Schauspieler, fällt er sehr auf. Ich muss jetzt bei dem, äh, Wasabi, ein Bull in Japan, muss ich sehr viel weinen. Weiß mal, an Lähmtschicks auch sehr ähnlich ist, ja. Ähm, dass mich vielleicht viele in YouTube verstanden hat. Und das Verständnis gegenseitig ist sehr wichtig, ja. Und, ähm, Wasabi, das ist ein japanischer Sohn. Wie sehr scharf ist, ja. Und da kommt auch so eine Szene drin vor. Also, mich bewegt der Film sehr. Und, ähm, wenn ich, ähm, mein Lähmtschicks habe, wo ich gerade drin bin, ja. Da ist mir sehr viel ziemlich schwierig. Ich kann nur alles machen. Ich kann quasi so nachstehen und sagen, das hat alles keinen Sinn, ja. Und ich gehe in die nächste Kneipe. Und, und mache nur den hier. Oder ich versuche mein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Und das Beste aus der Situation zu machen. Und zu kämpfen. Und mein Ziel zu erreichen, ja. Und deswegen mein Kanal. Weil auch andere Leute helfen, die in, die in den gleichen Lebensumständen sind. Vielleicht das gleiche Problem hier. Ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen, ja. Niemals aufgeben, niemals kapitalieren, ja. Das ist ja ein Unterschied, ob ich mich hängen lasse. Oder ob ich mein Schicksal selber in die Hand nehme. Gegen meine Probleme kämpfe. Für mein Leben kämpfe. Zeit sehen. Du bist ganz schön, ja. Töre. Du bist richtig. Also wenn du das mal in dem'mst. So. Da, danke. Du bist jetzt nicht mehr. Du bist jetzt. Du bist jetzt in. Du bist jetzt hier in. Du bist jetzt. Und jetzt musst du hier.